Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zum Re-Watch-Mitteln, dann nur, was ist denn da los, warum ist denn Dom's Sicht hier, ja, ich hab meine Aufnahme ein bisschen gefällt, dazu aber gleich mehr, der Kampf zwischen Dom-Dom und Team Replay geht endlich in die zweite Runde, wir sind sehr gespannt, wie es ausgehen wird und, äh, ja, viel Spaß. Also, da ich mich momentan wieder mit Fraps aufnehme, hab ich das Problem gehabt, da ich Minecraft neu starten musste, weil nämlich ich mich nicht anmelden konnte, wegen ungültiger Sitzung, musste ich eben mein Minecraft neu starten und daher ist die Aufnahme abgebrochen, ja, ein bisschen doof, aber das ist jetzt nur ein paar Minuten so, ich glaube, drei, vier Minütchen müsste damit auskommen, mit Dom's Sicht, ich bin mit dem Pferd immer noch unterwegs und da craftet gerade Quantum, Warum nicht einfach mal draufhauen, auf Quantum und Quantum stirbt, oh mein Gott, einfach, einfach gestorben, er ist einfach fucking gestorben, wir haben es geschafft, wir haben den ersten hammerhart überrascht, neue Aufnahmesession und richtig hart überrascht, ich natürlich jetzt so gut wie ich bin, komm mit meinem Pferd an und er macht sich da unsichtbar gerade, aber Quantum ist gestorben und ich mit dem Pferd irgendwo eben nirgendwo und versuche anzukommen, ich bin quasi so in Richtung Kackstift und sag so, Domse, Domse, Bleib cool, bleib cool, weil er wieder ziemlich außer Atem war und sich ziemlich aufgeregt hat und ziemlich, so wie er immer ist, der Domse halt, aber ich sag, Domse, chill dein Leben, ich bin hier auf dem Weg und dann machen wir das noch, aber Quantum ist tot, den ersten haben wir down und ich kann euch sagen, die nächsten Folgen müsst ihr unbedingt gucken, es wird, es wird so herzzerreißend, es wird so gut, die nächsten Folgen werden so geil werden, da ist mein Pferd, da bin ich, da komm ich an, Domse fällt was runter, alles klar und ich werfe meinen Trank, meinen, meinen Vergiftungstrank und vergifte mich selber aus, aus dummer, dummer Idiotichhaftigkeit, mein Pferd ist tot, ich törne, hab die Panzerfaust und töte einfach Retried, oh mein Gott, wie nice ist denn das, wenn ihr die Original Sounds hören wollt, schaut Domse's Folge an, ich hab ein bisschen nachzudenken, weil ich einfach Bock darauf hatte, das mal so jetzt euch zu erklären, hammerhart, wir haben beide down, wir haben den Kampf gewonnen und jetzt natürlich sind wir ein bisschen aufgeregt, wie wir das so tun sollen, wir dachten irgendwie, dass Yuya Ex Solo auch noch kommen werden, wir haben die ganzen Sachen leider nicht bekommen von denen, weil wir die eben so getötet haben mit dem dummen, dummen, ja, ja, dummerweise mit der Panzerfaust, deswegen überleben halt die Sachen nicht, aber, wir wollen jetzt weglaufen und, äh, gleich ist meine Aufnahme auch schon wieder da, das heißt, dann könnt ihr wieder meine Sicht und den Originalton erleben, aber, ich muss sagen, wir haben sie doch richtig krass überrascht, wäre das alles in der letzten Folge noch gewesen, jetzt hätten wir das nicht hinbekommen, wie denn auch, aber jetzt, neue Aufnahme, neue Tage sind vergangen und BAMS, und jetzt schnell weg, bevor Yuya Ex Solo kommen und irgendwas ist und wir rennen quasi in Richtung World Border und dann auf einmal schreie ich, ey, 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 da sind welche, da sind welche, und wer war das, Vendetta, und Domse so, ja komm, da gehen wir jetzt einfach mal drauf und wir holen die, und ich, okay, äh, 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 sollen wir das wirklich machen, Domse, äh, wirklich, 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 und er so, ja, wir machen das, hätten sie, unten, unten, rechts in der Ecke, und, äh, jetzt sehen wir uns über Originalmaterial wieder, und dann versuchen wir die beiden zu bekommen, und, äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass wir sie bekommen werden, aber, das wäre ja krass, wenn wir vier Kills in einer Folge machen würden, bis gleich. Unten, 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 komm, komm mit, komm mit, ich zeig's dir, komm einfach mit, die haben da den Eingang, die gehen jetzt rein, siehst du sie vom Namen, da ist der Eingang. Ich seh sie, oh Gott, Creeper, pass auf, wo bist du denn, ich seh dich ja da nicht, oh, da, okay. Die kill mich, die kill mich, komm hoch, wo bist du denn da unten, okay, alles klar. Hilf mir bitte, hilf mir bitte, du musst mir helfen. Bist du in der, ja, ja, ich bin unten, ich versteck mich jetzt grad. Scheiße. Ich seh jemanden. Das war so dumm von mir. Wo bist du jetzt genau, ich seh, ich seh halt nicht, wo du bist gerade. Ich bin irgendwo in der Ecke, ich bin irgendwo in der Ecke, ich seh dich, ich seh dich. Okay, ja. Ich weiß nicht. Du bist so dumm von mir, ich mach so ne dumme Scheiße nie wieder, Annie, ich schwöre auf mein Leben. Ja, ich hab dich halt nicht mehr gesehen, so. Du bist oben, ne? Ich bin oben, ja. Ich baue mich einfach irgendwie raus. Okay, nice, alles klar, alles klar, alles klar. Bleib da, wo du bist ungefähr, bitte. Alles klar, ich bleib da, wo ich bin ungefähr. Ich muss mal gucken, ob die kommen oder nicht. So, du musst jetzt hier rein, genau, komm mit. Ja, okay. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Das war nicht hier, scheiße, das war ganz woanders. Ja, ja, hier ist Holz, siehst du das? Na, ich bin grad nicht wieder bei dir. Wo bist du jetzt? Ich seh dich halt nicht. Ich sneeke nicht, ja, weil ich mich sneeke. Ja, da haben sie sich reingebaut, ja. Hier, ich hab' die sich... Aber wir müssen echt aufpassen, ne? Ja, wir passen richtig auf, du bist hinter mir, ne? Ey, wir haben hier echt schlechte Karten gerade, so, find ich, weil wir wissen nicht... Find ich nicht. Die wissen besser, was, was, was hier ist und... Die werden sich, die werden sich einfach weg, die haben Angst. Die haben sich einfach weggebaut, oder so. Pst, die bauen sich weg, hörst du's? Oder zu uns. Nuh, nuh, die bauen sich weg. Das, das entfernt sich. Nein. Ja, hier ist der Gang. Doch. Ich hab' Vendetta. Nice. Ich hab' auch hier'n Stuff. So, jetzt pass' auf, ich sammel' das grad' ein und sortier und guck', die haben sich nämlich, glaub' ich, getrennt. Die waren getrennt. Okay. So, das tut mir so weit für die. Ich hab' keinen Überblick gerade. Du hast mehr Überblick als ich gerade. So, ich bin ein bisschen überfordert gerade, Leute. Ich bin echt extrem überfordert, weil ich... Ja, lass' hier unten raus. Wir haben jetzt einen... Ja, dankeschön. Wir haben jetzt einen bekommen. Wir gehen hier einfach, äh... Wir gehen hier raus. Die waren getrennt. Der eine war hier und der andere hat sich hier reingebaut. Ich weiß halt nicht, ob er's aufgegeben hat. Hier irgendwo war er. Und ich bin halt so rein. Und dann hab' ich versucht... Ja, doch. Hier drin war... Dann hab' ich halt versucht, ähm... Ja. Warte, hier ist wieder was. Genau. Und hier ist ein... Aber hier ist ein Weg auch, aber es ist deiner gewesen, oder? Das ist nicht meiner gewesen. Das war seiner. Ah, doch, das ist unser. Okay, alles klar. Okay, das ist aber... Das ist... Nee, das ist nicht unser Weg. Das ist nicht unser Weg. Ja, doch, das ist der Fangarde, wo wir gerade drin waren. Nein. Nein. Hier ist der Weg, wo wir gerade drin waren. Hier waren wir gerade drin. Da liegen die ganzen Sachen nur noch. Der Helm und so. Ja. Sicher? Sicher? Ich konnte das dir gar nicht sagen. Oh Gott, jetzt brenn ich, weil der Zombie. Oh, ohne Witz. Wir haben ja gleich schon Folgenende in zwei, drei Minuten. Lass uns mal kurz noch ein bisschen was craften oder so. Gib mir mal ganz... Ich hätte ganz gerne... Ich hab keine... Ich hab keine Gunpowder, ja. Ich hab 23 Gunpowder. Echt jetzt? Ja. Gunpowder? Hier, nimm das und... Are you fucking kidding me? Und mach mir bitte, bitte eine Panzerfaust-Munition. Du hast die Waffen, du hast die... Du hast die deutsche Waffen, my friend. Ja, mach du mir bitte, bitte eine Munition und ein paar, bitte. Ich fühle mich gerade so nutzenlos ausgeliefert auch. 1, 2, 3, 4. Da hast du vier Munitionen. Hol sie dir. Schnapp sie dir, Tiger. Und das ist deine gewesen oder so? Schnapp sie dir, mein Tiger. Das hast du dir verdient. Ah, danke schön, ey. Baust du die Waffenbox wieder ab? Kleine Frage. Kannst du mir dann gerade hier zwei von deinen Schuss... Du hast jetzt... Kannst du mir gerade zwei hinlegen? MP oder Panzerschweck? Panzerschweck. Okay, hier, alles klar, ja. Weil dann nehme ich mir die Panzerschweck, weil ich hab ja die Piat und die Panzerschweck. Ich wusste, dass es irgendwann... Wo liegen die? Hier, okay. Gut. Ich wusste, dass ich die noch irgendwann gebrauchen kann. Dankeschön, dann lad ich die schon mal gerade. Für den... Achso, ich muss ja auch noch laden, genau. Genau. Ja, dann hoffen wir. Ich hab diese äußerst chaotisch, aber doch mega... Alter, ja, mega... Mega chaotisch, geil, Folge gefallen. Auf einmal, auf einmal, auf einmal, bam. So, auf einmal, bam. So, bum, 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 bum. Sorry, aber auf einmal, bam. Gut, aber wir haben es geschafft. Wir sind immer über den Berg, mehr oder weniger. Erstmal wieder. Wir haben sogar richtig Leute einkassiert heute. Das freut mich richtig. Boah, Alter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich werde gucken, wie ich meine Folge schneide. Werd ihr aber dann sehen. Vielleicht benutze ich Domses Material oder so. Mal gucken, was wir daraus machen werden. Ja, mache ich Copyright drauf. Alles klar, bis dann. Copyright, Domsen in den... Ciao. Hau da rein, ciao.